Es geht zurück zu den Wurzeln. Call of Duty World War II spielt wieder auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Das Spiel legt deshalb wieder mehr Wert auf eine packend inszenierte Story. Einen Hauch von Kriegskritik gibt es allerdings auch. 14 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Call of Duty wird jetzt die Geschichte vom braven US-Soldaten Ronald Redd Daniels erzählt. Er bringt genau die richtige Menge Gutmenschen-Gen mit ins Spiel, um den Ego-Shooter behutsam moralisch aufzuladen. Anfangs will man es den Krautfressern noch so richtig zeigen, aber nach der Landung am Omaha Beach wird die anfangs gut gelaunte Truppe ziemlich kleinlaut. Auch danach bemüht sich das neue Call of Duty immer wieder um eine kritische Note. Man lässt den Spieler sogar kurzzeitig in die Schuhe einer französischen Untergrundkämpferin schlüpfen. Bei der Infiltration der deutschen Zentrale im besetzten Paris weichen Kimme und Korn, Dialogmenüs und raffinierter Spionage. Später verblüfft Entwickler Sledgehammer mit einer Rettungsmission. Frontmann Daniels schleicht durch einen Keller, mit einem wimmernden Mädchen in den Armen und deutschen Soldaten im Nacken. Momente wie diese sind es, die World War II über das Niveau einer stumpfen Kriegsschießbude erheben und das Spiel zu einem beinahe schon filmischen Erlebnis machen. Serienkritiker beklagen dabei zwar die wie üblich geradlinigen Schlauchlevel und die immer noch altbackene Technik des Shooters, aber sehen lassen kann sich dieses Call of Duty trotzdem. Vor allem die verblüffend echten Gesichtsanimationen der Protagonisten sind es, die das Spektakel persönlich und dadurch umso packender werden lassen. Als Dreingabe gibt es wie gewohnt einen Zombie-Modus, in dem diesmal vergammelte Nazis den untoten Schädel hinhalten müssen. Ein besonderer Hingucker ist aber das für den Multiplayer-Modus eingerichtete Hauptquartier. Das am Omaha Beach eingerichtete Camp fungiert als eine Art innovativer Mehrspieler-Lobby, in der sich Gamer austauschen und bei kleinen Spielchen lästige Wartezeiten überbrücken können. Das Spiel, das sich ausschließlich an volljährige Gamer richtet, versteht sich als eine Art martialisches Body-Movie. Es wurde deutlich entschleunigt und auf die Kernmechanismen des Shooter-Genres reduziert. Sicher sind Veröffentlichungen wie diese inhaltlich nicht jedermanns Geschmack. Aber es steht außer Frage, dass hier das heikle Weltkriegsthema halbwegs respektvoll angegangen wurde. Immer wieder nachdenklich, aber nie so ernst, dass es den Entertainment-Zug zum Entgleisen bringen würde.